Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu unserer allerersten Folge Mienekraft hier auf diesem salatigen Kanal und mit dabei haben wir den Zahnrad, hallo? Das bin ich. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Ich habe schon ein bisschen angefangen, ich war so ein bisschen ungeduldig, aber was will man da machen? Achtung, da kommt Alba. Ja. Also wir spielen gerade unsere erste Einspielrunde, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen komisch. Achtung, es kommt Alba. Ah, passt. Sehr schaffig. Also wie gesagt, ihr könnt uns dann in die Kommentare schreiben, was wir so machen sollen. Ähm, und das werden wir dann spielen. Also ich glaube, dieser Dauerangriff, der bringt nichts. Ich renne da die ganze Zeit hin, ohne alles, und sterbe. Das ist geil, oder? Ja. Das nennt man Skill. Ja, liebe Zuschauer, das ist Skill. Dann mache ich vielleicht mal ein bisschen zur anderen Seite. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann gehen wir einfach so. Ah, der ist bei uns, sagst du. Dann komme ich mal auf. Ja, das war ein Einsatz. Ah, mein, kein Ding da nicht hoch. Ah, warte, wir haben... Oh, fast. Du musst einfach nur draufstürmen, dann passt das. Ja. Aber der hat Goldwerb, also... Ja. Natürlich. Ich habe ihn. Oh, ja. Und jetzt müssen wir gleich zu ihm rüber. Geh du schon mal vor euch, komm. Ich gehe schon mal hin, und... Na, der sieht mich. Ja, ist euch egal. Komm, geh drauf, ich komme. Ich habe Angst. Ich hau ab. Achtung, komm! Ah, nein, ich bin tot, Mist. Ja, noch nicht. Ja, jetzt aber. Ey, der hat sich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, aber nur fast nicht. Oh, ich kriege irgendwie nie wieder einen Knockback-Stick. Ich habe ja das für die Zeit gilt, aber irgendwie... Aber irgendwie bringt jetzt Dauerangriff schon was, weil... Der hat irgendwie noch mal keine Lust mehr, entweder quittet er oder... Warte mal! ...einmal unaufmerksam. Achtung, wir kommen so. Ja, ja, ich... Ich schlag ihn runter. Oh, er ist runtergefallen. Ja, das ist schlecht. Also so ein Herz ist halt nicht gerade sehr viel. Ja. Oh, Mist. Er kommt. Ach doch. Ach, du kommst. Ja, ich komme. Oh, nein. Das kann ja nur schlecht enden. Ey, der kämpft da. So, Leute, hasse ich. Die sich einfach von oben zu unserer Base war und als wären wir nicht so... Ja, schlecht von mir. Wir wollten mich so krass runterboxen. Und hat mich einfach eine Etage weiter runtergeboxt und ist dann gestorben. Tschi, tschi. Alter, der hat Hexan. Er sprintet ja schneller als... Ey, wie war der Typ? Wie hieß der Typ? Ja, ich hab ihn! Ich wundere mich, ich werde hier nicht angegriffen, weil... Ja, es hat keine Sache. Ja, ich hab das Ecker. Warum ist Ecker? Ist schon weg. Ja, nein, ich hab... Alter, war das knapp. Das war so knapp. Komm, still! Ich komme. Zug. Ach so, ich dachte, du warst von dem das Eck ab. Das ist schon weg. Ach so. Oh, ist unser Eck weg? Nein, das ist doch nicht. Bist du da? Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, alter. Du... Killer. Killer. Killer, Killer. Killer, Killer. Was kann man denn für richtig fieken? Doch, ich hab mich grad so erschreckt. Ja, du, ich krieg dir mal eine Brustplatte. Ohne Blöcke. Ohne Blöcke sollte man nie losgehen, nervt euch nicht. Das war eine größere, ich bin halt so top, äh, halt so mega OP, ihr kriegt einfach zum gegnerischen Team, ähm, und ich hab halt keine Blöcke und dann kam der einfach und hat sich einfach random runtergeschlagen. Das ist natürlich, ich hab ja, dafür hab ich einen Angriff oder einen Verteidigungsbrustplatte. Ohne Blöcke. Ohne Blöcke. Ahnung. Ohne Blöcke. Ohne Blöcke. der Wandel das war so der Fail ey ja wir haben nur noch 2 Teams vor uns das ist doch gut ey du bist ja so gute Kripp ey ja die ist... eine kommt ja aus dem Lucky Club da kommt ich bin so kackelküftel Azzanzschaft ja hatte der was ja wenn oh mein Gott oh ich bin fast 2 Herzen ich gehe mal kurz zu denen halte mal hier eine kurze Stellung ich hab 19 Gold äh du drückst mal die Hälfte ab oh ja die Hälfte von 19 ist 10 nicht ganz 9,5 ja ich hab aber nur 10 bekommen nur 10 also 9,5 ist größer als 10 ok nein eigentlich nicht aber ist ja egal ja eine Rettungsplattform willst du die haben? äh ja ja alte die Gold scheiß nicht was man sich von den ganzen Gold kaufen soll Achtung und der Rettungsplattform kommt schon wieder so da komm hier mal geben hier oh aufärmeln das ist du hast du ja so ähm ich mach jetzt wieder meine allgemeine Taktik Leute das ist so meine private Taktik aber äh das ist halt so übelster Geheimtipp weil Unsichtbarkeitsdrang ist halt so hart OP der ist für 3 Minuten ne? ähm und du kannst halt äh nicht gesehen werden das ist mega OP äh ok also ich brauch auch nochmal einen Weg in die Mitte vielleicht hilft der ja vielleicht aber auch nicht ja werden wir dann ja sehen ich geh mal zur rote Baus Ecker ja hol mal Dias und aktivieren Dias Borna hm das ist nie weh 12 Dias schon mal von den 1 Dias Borna Gold 24 Dias wir sind Team Gelb ja wir hatten die Brücke fertig gebaut ey was sind eigentlich der Dias Borna ich bin mal wieder der Noob hier da unten unten und ich hab hier ein Helm für dich ein Dias Helm zeig stimmt der fehlt mir noch Perfekt danke wir sind schwer ey ja ich geh mal zu dem Team Boot wieder ohne Blöcke Leute ja genau so läuft's genau so und nichts anderes also ganz Blöcke nimmt der ist wohl der Wingsum ja finde ich auch das ja kann sie mir mal die Diamanten gehen dann gehen gehen wir ich hab noch zwei Diamanten unser Diamanten vorne ist schon eingeschaltet aber die kann sie haben ein Ding ich steige auf Gold äh vom Gold in Diamant mega viel ja einfach so Instant Upgrade ja wer's sehr nett wenn ich mal eine positive Bewertung da lässt oder ein kleines Däugchen nach oben ähm ja und auch vielen vielen Dank an den Justin Gugu oder wie der heißt auf YouTube weiß ich grad nicht äh der hat auf jeden Fall ist unser erster Abonnent glaube ich ähm und den wollte ich auch nochmal so ganz persönlich richtig vielen vielen Dank sagen ja du kannst schon mal hier hingehen und die einen Schacht halten oder ein bisschen töten ich komm sofort nach aber ich geh mit dir okay ich hab die Kaktus chestplate das ist mein richtig gut Unbreaking 1 also Haltbarkeit 1 yes ja so mega noob äh Brustplatte und dann so halt Haltbarkeit anziehen yay okay ich geh mal nach Hause und hol mir voll dir und dann können wir eigentlich schon rüber ja aber ich tschuldige ich sag mal die Truhe also so back up falls wir noch sterben was wir natürlich nicht tun weil wir ja Ultimate Pro sind ja wir sind die die richtigen Pros und wir können machen alles perfekt ach du mein Duke ähm ich hab's oh mein hat mir ein Herzen abgezogen Mann ey diese ja zwei Diamanten oh ich hab hier oh ich glaub mir ist okay die erschwert oder ne ich glaub mir ne glaub ich nicht hast du ne Rettungsplattform ja ja nice okay ich komm äh ich bin auf dem Weg hast du gehört zwei X äh wo bist du du findest mich ich ich locker so hinter mir oder so ey wo bist du tja das würdest du ruhig gern wissen ah oh es wird gar nicht gestört oh nein nein oh mein Gott oh alter ach die sind unsicher ich glaub ich geht drauf aber ich bin auf dem Weg das ist mein Rettungsplattform ne aber bin mir nicht sicher kann sein das sah ein bisschen komisch aus die range war schon sehr groß komm mal zu rot ich hab keine Blöcke mehr ich hab eigentlich nichts mehr ach komm jetzt kommt der mit dem fucking Feuerball ich geh jetzt einfach mal mit einem Unsichtbarkeitstrank rein und versuch das Ding abzubauen weil das hilft dann schon relativ weiter also sehr weiter wenn ich das mal so sagen kann und ja weil dann müssen wir den nur einmal töten und dann haben wir schon gewonnen jetzt wär echt nice wenn wir einfach schon ja wenn wir schon warte noch mal angreifen ich komm dann dazwischen ähm es wär halt echt mega nice wenn wir einfach jetzt ja ja das ist egal ich hab nur Diaspec äh Pickel richtig nah ist ich hab den zwar im Angriff aber ähm ja soviel dazu der tötet mich mit einem Schlag nein davon hab ich grad getreut nicht komm mal schnell komm mal schnell komm mal schnell bist du rot na bin ich schon noch rum ja 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 das geht ja das geht eh ich bin sag wunder gefallen aber wie der letzte Noob der auf diesen Planeten besser ganz so gut, alles, okay ähm, ja, um so reinzugehen, aber ist halt schon kacke, ich bin halt irgendwie dreimal mit Full Dia hin und die haben mich einfach mit einem Schlafpass für sie Koch nicht Nein, 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 nein! Oh mein Gott, du hast ein Hack! Komm, schnell! Da oben steht doch noch! Für dich! Ist das nicht sogar der Hacker? Wir haben ja einen, der hat so einen, der ist komisch, ich bin mir nicht sicher, ob er ist ein Hacker. Aber, ähm, er ist fast. Ich bin tot. Mist. Oh, jetzt kommt doch noch der Rote. Alter, was hat der für eine Range? Alter, der hat mich von 50 Blöcken Entfernung geschlagen. Ja, heute Leute, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Ähm, ja, das war's eigentlich jetzt schon. Ach ja, was ich noch vergessen hatte, bei jeden 15 Abos machen wir eine richtig geile Challenge. Also wenn wir 15 Abonnenten haben, machen wir eine Challenge. Ich hatte schon so einen kleinen Plan. Würde mich auch sehr freuen, oder uns halt, wenn ihr mal euren Freunden den Kanal zeigt, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!